Moin Pyros, heute ist das Kanunenfeuer. Jeder kennt es, keiner will es haben und doch wird es immer wieder gekauft. Die Teile sind einfach grottig. Das als Kanunenschlag zu benennen, ist wirklich, finde ich, schon sehr schade von Veko. Aber gut, ja. Auf jeden Fall, aktueller Test kommt jetzt. Gibt es schon mal auf meinem Kanal, ist eben ein älteres Video. Jetzt mal mit da, ich weiß nicht, man sagt immer neue Charge oder was. Auf jeden Fall, einfach mal testen, da los geht's. Bis zum nächsten Mal.